Zwei in etwa gleich lange 0,20er, in dem Fall kein Teil und zum Schluss, wenn wir die zwei verzwirrend haben, dann habe ich einen 0,5er flach. Brauchen tun wir eine, beziehungsweise beim Drahtziehen am Anfang, dass er hübsch ein bisschen gerade ist, zwei so Zange. Und dann brauchen wir eigentlich einen Akkuschrauber. Beim Akkuschrauber mache ich das so, ihr könnt es hier erinnern, die zwei Drähte reinfrimmeln, wenn ihr wollt, ich mache das ein bisschen anders, jeder hat so einen Haken, den hat es da einer, dann nehmt euch von den 2,020er Kantal die Enden, verdrillt es ein bisschen, macht es in den Haken rein, ich lege das jetzt einmal so her, vielleicht sieht man es, schiebt es einfach durch, und verdrillt es da nochmal. Das wird dann sowieso weggeschnitten. Also das ist die Methode 1, die Methode 2, das wie gesagt, das kann es selber entscheiden. Wichtig ist, dass das zentral hier vorne dann, wenn ich da hinten drehe, jetzt könnt ihr es euch schon denken, ziehen wir die beiden Drähte gleich und nehmen sie dann hinten mit einer Flachzange. Wenn die Flachzange jetzt so ansetzt, das wisst ihr sehen, dann wird sie durchrutschen. also müsst ihr ein bisschen immer so schräg gehen, dass die Zähne ergreifen. Also die beiden Drähte sollen schon gleich lang sein, und dann geht es ein bisschen auf Spannung. und dann dreht es. Und dann seht ihr, dass das wie so eine Perlenkette läuft. Und ich mache das jetzt bei so dünnen Drähten so, an irgendeiner Stelle gibt er dann auf. Bei den dünnen Drähten. Beim 030er, sobald man merkt, dass die Spannung größer wird und die Zange Richtung Akkuschrauber dann reicht es in der Regel aus. Ich versuche jetzt das mal ein bisschen so nah ran zu bringen. Ich gehe mal kurz vom Autofokus raus. Schaut dann so richtig. Vor allem ist der noch wirklich dünn. Weil meistens werden die Sachen gezeigt mit einem 040er oder 050er Draht oder 035er. Dann hat man bei gewissen Verdampfern dann Probleme zum Einspannen. und man möchte ja vielleicht einmal eine Erwicklung mit 1,5 Ohm oder 1,4 Ohm machen. Und trotzdem in den Genuss kommen, dass man hier so etwas verzwirnt. Dann gibt es jetzt noch mehr Möglichkeit. Entweder ihr spannst den verzwirnten hier noch mehr ein und parallel dazu den Flachdraht. Dann habt ihr aus dem selben geraden Achse könnt ihr den rum. Aber ich finde das nicht so gut. Und jetzt müssen wir ein bisschen, ein bisschen fummelig wird es jetzt. Könnt ihr es euch schon denken. Jetzt haben wir hier den verzwirnten Draht, der kommt in die Mitte. Moment einmal. Dann sind wir wieder auf Autofokus da, gell? So. Also. Die beiden verzwirnten Draht, die wir jetzt gerade gemacht haben, schiebt es hier genau zentral-mittig. Nur leicht einmal. Schaut einmal, ob das geht überhaupt. Das geht sogar bei mir jetzt nicht. Das kommt aufs Futter drauf zusammen. Also in dem Fall, ich muss ihn ein bisschen verdoppeln. Ich knick ihn einfach ein bisschen um. Ein kurzes Stück. Damit das hier auch greift. So, jetzt. Dann prüft ihr das mit einem leichten Zug, ob das auch, dass das eiert. Dass das halbwegs gerade auslauft. So. Und jetzt kommt das bisschen. Jetzt müsst ihr es natürlich noch einmal ein bisschen aufmachen. Und den Flachdraht. Gehen wir ein bisschen weiter ran. Vielleicht kann ich es noch ein bisschen besser zeigen. Aber das, wer den Akkuschrauber kennt oder den Akkubohrer kennt, der weiß, was ich meine. Ja. So. Jetzt öffnet ihr den ein bisschen und dass ihr den hier von der seitlichen Backe, den Flachdraht einschiebt. Und dann den hier so verspannt. So schaut das dann aus. So. Dann zieht es fest noch einmal. Dann nehmt es ganz kurz nur, um zu schauen auf den mitten Draht, ob der noch zentral ist. Ja. Gut. Die drei Drähte. Und die sind ja unterschiedlich dick. Ihr seht es schon. Das ist jetzt ein bisschen fummelig. Jetzt schauen wir mal. Ne. Der hat eine geringe Reine den Flachen. Jetzt so. Ein bisschen aufmachen. So. Dass ich wieder gute Spannung hoch hier. Aber nicht zu viel sehe. Also einfach nur, dass das gespannt ist. Ja. Und dann drehen wir das wieder. Und jetzt schaut das aus wieder wie so eine Perlenkette. Ja. So. Da könnt ihr jetzt euch selber die Intensität einstellen. Beziehungsweise bis ihr auch wieder reißt. Und ausschaut das Ganze dann. So. Schaut direkt aus wie mit Diamanten bis jetzt. Geh. Und. Ihr habt. Immer noch. Ein. Ein. Ihr könnt es dann auch leicht ausblühen. Dann. Je nachdem was für Wickeln das macht. Das ist eigentlich schon die ganze Kunst. Ne. Es gibt viele Möglichkeiten. Also im Prinzip braucht es eigentlich nicht viel. Zwei Kombizangerl und Akkuschrauber. Äh. Wer will so wie es ich mache hier. Mit so einem Haken. Mein Gott. Der kostet 6 Cent oder was. Oder die gibt's. Die hat bestimmt irgendwo einer liegen. Muss nicht genau solcher sein. Ihr könnt euch auch selber was rein machen. Und umbiegen. Oder direkt in die Zentrale reinfummeln. Das könnt ihr machen die. Jawohl. Die machst du so. Das Ergebnis ist im Endeffekt immer dasselbe. consecutiv zum. Dann. Das ist alles, das was wir. Vielen Dank.